Ja, da war ein Dungeon. Wo bist du? Ähm, da wo du bist, warte mal, ähm, da will ich hin. Da wollte ich hin. Genau, hier habe ich mich nicht dann zu dir teleportiert. Von da bin ich gekommen. Und diese Steine baue ich hier ab. Alles ist mit dem grünen Moos. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein, was ich damit machen könnte. Pflastersteine mit dem grünen Moos baue ich alle ab. Vielleicht fällt mir mal, vielleicht brauche ich sie mal, irgendwann mal, dann habe ich sie. Da ist es natürlich immer praktisch, einen ganzen Dschungel-Tempel zu zerlegen, weil da ist ein Haufen davon. Aber ich habe bis jetzt noch nie einen gefunden. Okay. Gehen wir mal weiter in die Richtung. Hier hinten ist ein Lavafeld. Hier in die andere Richtung, aber da hinten ist nur ein Lavafeld. So, hier, da, zack. Ups, war keine Absicht. Nein. Nein, war keine Absicht von mir. Okay, hier ist auch Lava. Da drüben ist Eisen, da war ich aber noch nicht. Dann nehme ich die Erde und baue hier einmal einen Weg hier rüber. und schnappe mir das Eisen. Und Diamanten. Aber ich nehme erst mal die Kohle hier noch mit. Einfach, weil ich es kann. Diamanten. Yay. Machen wir mal ein wenig Licht. Ich sehe gar nichts mehr. Hier ist ein Haufen Obsidian. Ich sehe kaum noch was. Ich nehme mal etwas Licht her. Wieso ist denn hier so viel Wasser? Wieso ist denn hier so viel Wasser? Vor allem, das nimmt ja gar kein Ende. Das nimmt ja kein Ende. Öh. Ey, lass mich doch mal hier weg. Blödes Wasser. Hör doch mal auf hier. Ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Das Wasser will nicht. Okay. Erkunden wir hier mal weiter. Redstone. Hat sich doch noch gelohnt, dass wir hier nochmal runter sind. Neun Diamanten habe ich jetzt. Neun Diamanten und ein Haufen Redstone. Und wieder auch Eisen. Gold. Noch mehr Redstone. Blau ist es. Blau ist es. Blau ist es. Labi Pizulu oder wie es ausgesprochen wird. Das ist die Farbe Blau in dem Spiel. So, hier ist nichts mehr. Okay, hier ist nicht mehr viel. Hier hinten wäre noch Eisen, aber dann müsste ich an der Lava vorbei. Und das ist mir ja gerade für etwas Eisen zu aufwendig. Ah. Ah. , da ist es. Wo kam denn dieses fucking Wasser her? Ehh, verdammt. Ich kipp's. Ich will doch nur aus dem Wasser raus. So, hier ist das. Ich, äh, ich überleg grad, wie komm ich hier wieder raus, also einigermaßen. Golderz. Golderz, auch immer mitnehmen. Ja. Soll ich die Kuh Lava geben? Hier ist auch nur wieder Lava. Ja, kannst du auch machen. Normalerweise ist ja hinterm Kies auch immer noch eine Höhle versteckt. Mal schauen. Ob's hier weiter geht? Nein. Oder doch, hier oben. Oh, nein. Ja, ich weiß auch grad nicht mehr, wo wir hergekommen sind oder wie wir hier wegkommen. Ähm. Muss ich ehrlich sagen, ich hab keinen blassen Schimmer. Ich weiß, dass wir noch 81 Meter nach oben müssen. Und da hat natürlich Chava schon wieder was dagegen gehabt. Ich weiß... Wann war... Hä? Ja, dieses Jahr war nicht der zweite. Nein. Glaube ich fast nicht. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo ich mich hoch... Ach, ich glaub, hier hab ich mich hochgebuddelt. Genau hier hab ich mich hochgebuddelt gehabt, grad eben. So. Woll ich hier grad durch? Haha. Ähm. Ich schau... Hier hinten ist noch was, wo wir noch nicht waren. Hier ist noch sehr dunkel. Hier waren wir noch nicht. Eisen. 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 Kohle. Hier hängt auch noch Eisen an der Decke. So. Ah, Kohle. Ähm. Schaut sehr verdächtig hier irgendwie aus. Ja, cool. Hier hinten ist noch eine kleine Geheimhöh... Ha. Geheimhöhle. Geheimraum. Mehr nicht. Aber Kohle ist dran und ein bisschen Eisen. Besser als nix. So. Schau mal. Ja, ähm. Hier hinten ist auch noch mal Kohle. Ja, jetzt bin ich zu Ende. Ich bin in der Sackgasse. Hm, kenn ich. Jetzt nicht weiter. Ich lauf von einer Sackgasse an die andere. Vielleicht haben wir da eigentlich die ganze Zeit weitergekommen. Na, ich suche jetzt gleich mal wieder den Ausweg. Ich glaube, da geht's hier rauf. Hier rauf. Huh. Noch eine Höhle angebuddelt. Hier rauf. Oh, ne. Keine Höhle angebuddelt. Hier rauf. Kann das sein? Dass ich hier rauf muss? Hier ist meine... Oh, meine Fackeln sind leer. Hier ist auf jeden Fall da oben gleich meine Markierung. Könnte schon hinkommen, dass ich hier rauf muss. Ja, die sind aber mittlerweile überall, glaube ich. Ja. Ja. Scheiße. Okay. Ja, ich hab einen Ausweg gefunden. Schau mal aus, ob hier gleich Wasser ist. In! Klingt als ob ein Krokodil, mit einer Nähe ist. Bist du wohl schon draußen? Also ich habe mich gerade mehr ins Wasser rausgebuddelt. Okay, ich tue mal mein Waypoint. Remove. H1. Remove. Und ich mache mal die Schlucht an. Oh, die ist 1000 Meter von hier. Okay. Wenn die 1000 Meter von hier ist, dann laufen wir mal los. Ich gebe einfach aber irgendwelche komischen Geräusche von mir. Okay. Jetzt wird es auch in eine Höhle reingehen, so wie es ausschaut. Okay, hier ist einfach das Zumpfbioma wieder abgeschnitten. Ah, das Biome da hinten ist auch abgeschnitten, so wie es ausschaut worden. Du siehst, das siehst du immer richtig krass dran hier, die Biome abgeschnitten sind. Vor allem auf der Minimap siehst du das krass dran. 900 Meter noch. Uh. Ich gehe unter. Ich schwimme nämlich gerade ein bisschen. Schwupp. 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 Aber das sieht man richtig krass hier gerade, dass das Eisbiom mit dem Sumpf, äh mit dem Wasser und alles so richtig rein geschnitten ist. Dass es mal zuvor was anders war. Dass es das nachträglich rein hat. Das siehst du gerade hier richtig krass. Weil das, so wie es ausschaut, gehört das Schneebiom noch hier ein bisschen zusammen. Ging noch zusammen, dass es ein großes Schneebiom war. Und ich hatte einfach ein neues Schneebiom eingeschnitten. Was ist denn das? Hm, da habe ich Probleme gehabt. Da hinten ist auch ein bisschen Stein, das schaue ich mir mal an. Hm? Guck mal Eis. Wiiiiiii. Tschüung. Ähm. Okay, hier ist nix. Ich würde gerne als Zerzer gerne die Mobs mal wieder einschalten. Wäre so gerade bei Nacht hier so Welt erkunden, echt cool. Okay, hier war ich auch nicht. Darf ich die Mobs einschalten, Schatz? Sind die denn hier drin auch? Ja. Ja. Oder erst wenn du aus der Höhle draußen bist. Das wäre super. Okay. Guck mal. Ein abgeschnittenes Sandgebiet. Wuh! Ich wollte eigentlich, ich wollte, ich wollte doch nur ein bisschen, ein bisschen, ich wollte doch nur ein bisschen Sand abbauen. Ich will doch nicht schön in der Höhle laufen. Ich will doch nicht schön in der Höhle laufen.